Hallo und willkommen bei Nice Choice. Heute leider, wie ihr seht, ohne Alex, weil er sich aufgrund diverser einstweiligen Verfügung nach Neuseeland ins Exil verziehen musste. Ja, aber ich glaube, wir kriegen es auch ohne Alexander hin. Leute, ihr habt doch eh erst 22 Abos, da sind wir sie doch kein Schwein. Irgendwo. Sein Scheiß, Alter, heute. Das wird auch die nächsten Wochen so bleiben, mein Freund. Danke, funktioniert. Ich hätte doch gern. Boah, schon wieder seit Wochen krank, ey. Warte mal, ich gebe jetzt erstmal die Symptome bei Doc Check. Übelkeit, Erbrechen, Gliederschmerzen, Schlaflosigkeit, Suchen. Ganz klar, du hast Glück, Pus. Aber es ist doch nie Lupus. Boah, scheiße, habe ich einen Kater. Habe ich gestern wieder gesoffen. Ja, ach du, ich habe sogar Bilder hier. Was? Moment, gib dir her, gib dir her, gib dir her. Wahnsinn, ich bin heute so schnell, wenn ich so weitermache, dann bin ich mit der kompletten Arbeit für diese Woche heute fertig. Nö, du guckst dir jetzt erstmal den neuesten Schmuddel-Streifen an und hier gibst du deine Kreditkartendaten an. Warum eigentlich nicht? Hey Franz, hast du das neue How to Nerd von Nerdscheus schon gesehen? Nein, aber ich glaube nicht. Wann ist denn was rausgekommen? Jo, hier steht vor drei Wochen. Was? Warum habe ich das nicht mitbekommen? Kann ich das irgendwie einstellen, dass ich mitbekommen, wenn ein YouTuber ein neues Video macht? Warte mal. Leute, ernsthaft, ihr wisst nicht wie der Abo-Knopf funktioniert? Und ihr wollt YouTuber sein? Lasst euch mal zeigen wie das funktioniert. Das ist deine Endcard. Hier bitte mal Aufmerksamkeit, Kommentare und gute Bewertungen gebettelt. Diese funktioniert folgendermaßen. Erstens, rockige Musik. Check. Zweitens, ein Abo-Button. Hier unten. Damit ihr eure Lieblings-Youtuber niemals mehr verpasst. Ja, und hier drüben gibt es dann die letzten zwei Videos. Den tollen neuen Nerds-Choice-Mikrofon und den nervigen Religionsvertretern in How to Nerd. Ja, aber die Verabschiedung, die kriegen wir noch selber hin, liebes Internet. Also bis zum nächsten Mal bei Nerds-Choice. Mann, darf ich noch jemanden grüßen? Doch, Nerds, doch. Ich wollte noch den Alexander grüßen, aber das hat nicht mehr ins Video gepasst. Ja, von Norden. Na, wie ist es in Neuseeland? So, das reicht jetzt aber. Ja, tschüss.